Millionen am Lautsprecher, 100.000 im Stuttgarter Neckarstadion, 22 Mann auf dem Spielfeld. Seit Jahren hat kein Wettkampf solche Spannung, solche Begeisterung ausgelöst, wie der erste Fußball-Länderkampf nach dem Kriege. Die Schweizer Nationalmannschaft kam als willkommener Gast und gefürchteter Gegner. Wie würde die noch unerprobte deutsche Elf gegen die international bewährte Meisterklasse bestehen? Beim Anpfiff durch den englischen Schiedsrichter Ellis herrscht noch leichtes Lampenfieber. Aber schon kurz danach geht die deutsche Mannschaft mit Volldampf zum Angriff über. Das Drängen und Stoßen auf den maßlos überfüllten Tribünen nimmt kritische Formen an. Jetzt ein Angriff der Schweizer. Der Torschuss geht knapp daneben. Der berühmte Schweizer Riegel hält eisern. Die Hintermannschaft der Gäste ist großartig. Ihr Torwart Huck, eine menschliche Mauer, an der alles abprallt. Bei strömendem Regen und aufgeweichtem Boden wird auf beiden Seiten verbissen gekämpft. Immer wieder ist die deutsche Mannschaft im Angriff. Und jetzt kommt der entscheidende Moment des Spiels. In höchster Gefahr macht ein Schweizer Verteidiger Hand. Elf Meter. In lautloser Stille setzt Bodensky an. Ein Bombenschuss und Tor. Die zweite Spielhälfte beginnt. Die Schweiz drängt nach Ausgleich. Die deutsche Mannschaft nach neuem Torgewinn. Doch Regenguss und matschiger Boden verhindern die planvolle Kombination. So bleibt es bis zum Schluss 1 zu 0 für Deutschland. Ein fairer Kampf, ein Festtag des Sports.